Herzlich Willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens, der DAX am heutigen Dienstag, dem 8. November 2022. Noch ist der Handelsschluss auf Xetra nicht vollzogen, aber eines steht schon fest, ein positiver Handelstag legt zurück, denn der DAX ersetzt seinen Ausbruch fort und drückt sich jetzt tatsächlich schon in Richtung der Marke von 13.700 Punkten. Damit wird auch ganz klar, das Potenzial, muss man an dieser Stelle allerdings auch betonen, immer dünner, denn spätestens bei 13.900 Punkten dürfte eben diese Rallye ein Ende finden. Denn der DAX, er läuft auch schon im Tageschart relativ heiß und damit könnte eben mehr und mehr auch schon bald eine Kurskorrektur wieder einsetzen. Eine Aktie, die ebenfalls heiß gelaufen ist im laufenden Handelsmonat, ist die Aktie von Adidas 20% plus und damit, falls Sie sich zurückerinnern, hat die Aktie entscheidend an einer ganz, ganz wichtigen Kursunterstützung die Umkehr vollzogen. Denn bereits im Oktober hatte ich darüber berichtet, dass bei rund 93 Euro eine wichtige Kursunterstützung vorzufinden sei. Genau diese wurde mit einem Tief von 94,60 Euro ausgetestet und im Monat November nochmals marginalen Unterschritten mit 93,40 Euro. Das heißt, man hat genau diese Unterstützung ausgetestet und von dort aus knallte man dann, auch natürlich geprägt von Nachrichten, aber hier wieder deutlich nach oben. Damit könnte die Adidas Aktie endlich die Umkehr geschafft haben, was zur Folge hätte. Wenn wir kein neues Tief mehr machen, bedeutet diese Umkehr womöglich wieder Kurse im mittelfristigen Zeitfenster wohlgemerkt bis ca. 160 Euro. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und bis morgen früh, damit den Blick auf die Wall Street und vielleicht eben der Trading Idee der Woche.